Es tut heute spielen... Lell... Es ist... Lell, okay. Ähm... Es ist irgendwie ein bisschen chaotisch, wer hier gerade spielt. Hä? Was zum Zweck ist das? Aber es soll Triforce gegen Fun Wars sein wohl. Blau gegen Rot. Okay. Aber sehr viele Triforcianer haben auch auf jeden Fall... Ah ne, nur Ice hat ein anderes Tag. Und wieso diese Map, bitteschön? Also mir wurde gerade geschrieben, dass Triforce wohl nur noch 4x4er CWs macht. Alles klar, Ice übertreibt es halt wieder hart. Für Triforce ist eigentlich auch die Map Old World bekannt, weil sie da meistens gewinnen. Eigentlich immer. Ja gut, aber wenn du dir jetzt mal Triforce anguckst, wer ist da wirklich bei, dem man nicht auf Rush trifft? Oder Desert, also... Ne? Ich weiß nicht, ich hab Lori nicht so oft gesehen. Lass die einfach mal stalken. Ne, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das reicht schon, wenn ich sie ein Video stalke. Achso, genau. Und wie viel steht es? 3 zu 1 für Triforce. Gegen Fun Wars trotzdem hat uns Fun Wars gerade eingeladen, ob wir nicht vorbeikommen wollen. Ja, schon. Der macht Eis, der ist immer großartig, wir siegen. Das hast du gesagt. Da willst du gar nichts sagen. Ich sagte, vertraust Ice. Erstmal so überlegen, wie heißt es. Wir machen eigentlich. Da machen wir nicht immer Witze drüber. Okay. Auch internen Wicke. Alles klar. Ja, genau. Ich hab noch gar nicht gesagt, wer heute hier dabei ist. Ich hab Lucy damit zuerst. Lucy spielt heute mit dabei. So für den Niedlichkeitsfaktor. Und dann noch Noah OG von Der Duck Gang. So für das nötige Testosteron in der Runde. Habt ihr grad diesen Stich gesehen, der sich früher gebaut hat und runtergefallen ist? Nee, leider nicht, weil ich hier gerade gucke, wie Triforce richtig schön weggebostet wird. Ey, das muss ich sehen. Hä? Ich bin auch jetzt schon basted. Vintage haben wir ja gestern schon bei einem Invictim-eigenen-CV. Grün ist weg, okay, von einem Team, was nicht zum CW gehört. Ähm. Stevie! Guck mal, da war Stevie. Vintage saft da ne Runde Eisen, würde ich mal behaupten. Oh, da ist aber wer geflogen. Ah ja. Der Knockback-Stick von Snowy Clairet. Was ist an der Map eigentlich so besonders? Gute Frage. Inzwischen haben sie ja den, den Bug behoben beim Bett. Es gab ja mal, äh, bis auf bei einem Team, glaub ich. Es gab mal hinten beim Bett ne Lücke, wo man sich dann rein porten konnte. Ähm. Ja, beim Blau haben sie es anscheinend nicht gefixt, genau. Da kann man sich noch ins Bett rein oder unter das Bett drunter porten. Ganz schwer da wieder rauszubekommen. Und Dreyfors scheint grad irgendwie sich die Mitte klar zu machen. Hä, wie soll das funktionieren? Männer in der Perle. Ach so. Also die ganze Map da, äh, es holen, wenn man sich rein dürfen. Äh, okay, wusste ich nicht. Jetzt weißt du es schon. Guck mal, jetzt hat er mal das heutige Bildungspotenzial erfüllt. Ich spiel ja die Map nicht so. Und inzwischen mischt sich Team Gelb hier mit ein. Äh, Vintage port halt hinter Gelb einfach alles ab. Was hat denn die für gar nichts Geld? Jetzt spiel ich mir kein Geld. Schau. Wie hört's aus, ja, wie so ein Pass. Äh. Denkt ihr, die checken, was hier abgeht? Die anderen? Nein, glaub ich nicht. Team Gelb. Glaub ich nicht, dass die verstehen werden, was hier grad passiert. Zudem ist von denen kein Anzeiger in dem Clan. Also insofern. Ja gut. Die haben Gomme, also die racken bestimmt alles. Alles klar. Gerade der Rückwärtsbauer. Meister. Die haben sogar Link. Und ne Kuh. Ist cool, ich schau zu. Ja, inzwischen hat Logi das Gold übernommen in der Mitte. Oh Gott, das war richtig knapp gerade. Für Platins, Platins, wie auch immer. Ich find's eigentlich ganz schön untypisch, dass es grad so schlecht für Trifoss aussieht. Ich hab leider... Normaler Best Dominion hier auf dieser Welt sehr oft. Mit Trifoss hab ich leider nicht so die Erfahrung, was CWs angeht. Ähm. Weil die jetzt ja relativ lange, ich nenn's mal in der Sommerpause waren. Ähm. Ja. Insofern weiß ich leider nicht, wie die diese Map normalerweise spielen. Aber wie ist das denn mit den Membern? Ähm. Logis, Noi, sind die wirklich reine Triforce oder sind die auch gleichzeitig bei einem Dritt, Viert, Fünf Clan? Ich... Ich denke, Logis, Noi, Triforce, Noi, das weiß ich nicht genau. Eis ist ja mit Duck Gang. Hm, genau. Der ist ja mit dir im Clan. Ja. Bitte stehen nicht zwischen Spielern. Also wirklich, wie kannst du bloß zwischen Spielern stehen? Hm. Platins hat da, glaub ich, ein Eisenschwert gerade kurz gezeigt. Ich hab's nicht ganz sicher gesehen. Er ist runtergefallen. Aber er ist runtergefallen, schade auch. Ach, Gelb hat jetzt auch noch nen Bogen. Äh, eigentlich müsste, ähm, man echt mal zusehen, dass man Gelb da wegkriegt, damit man sich rein, äh, aufeinander konzentrieren kann. Ja. Stellt euch mal vor, Cape gewinnt einfach den ganzen CW. Finde ich mega lustig. Und Eis könnte jetzt den Bogen bekommen. Ne, kriegt er nicht, kriegt er nicht. Das war irgendwie lustig. Das hatten wir aber mal, äh, 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 relativ lustig. Äh, wir sind in den CW reingejoint, von dem wir nix wussten, auf Farmland, von, äh, ich weiß gar nicht mehr, was war Tiger Family, gegen irgendwen anders. Und, äh, da haben, äh, ein Spieler von uns hat dann die komplette Tiger Family mit der Hand weggeklatscht. Ähm, danach haben wir uns das andere Team gegönnt. Ich weiß gar nicht, ich glaub da war Handy oder so auch mit drin. Äh, und dann haben wir einfach als unbeteiligtes Team, die nix von diesen CW wussten, das Ding eiskalt gewonnen. Läuft auf jeden Fall. Der Bogen von Fanuas ist gefährlich, down. Theos Prime, was ist hier los? Ich glaub da wollte er grad mit Wuchen setzen. Mich wunderts gerade, dass der Gelbe nicht den blauen Bogen abschießt. Hm. Der schießt immer nur die Leute, die zum Eisenrenner. Nur soll er machen? Oh, ISOG rennt hier gefährlich auf das Bett zu. Der hat eine Spitzhacke vor allem. Der könnte es jetzt bekommen. Das sieht relativ gut aus. Ah, jetzt kommt ein Vögel. Ja. Passt aber. Aber es war knapp. Aber guck dir mal Tryphos an, die spammen halt einfach mit zwei Bögen, das ist doch nicht mehr schön. Guck dir mal Team Gelb an. Eigentlich dominiert ja jetzt Team Gelb. Und, ähm, nehmen wir jetzt schon etwas. Ja, nicht so was, sondern... Also... Jetzt hat der Gelb auch noch den Frauen rumgekommen. Als ob der Gelbe jetzt da gerade reinrennt. Also, es könnte sein, dass Gelb jetzt blau... Ich würde das feiern. Ich... Nee. Nein, okay. Aber man sieht schon, dass Gelb eigentlich sich nur auf blau fokussiert. Ja. Hat der gerade keine Rostung gehabt? Steht irgendwer von Fun Wars still? Vielleicht sind das ja zweite Accounts. Oh, Eis geht, äh, drauf. Ja, nee, wieso sollte denn Gelb auf Fun Wars gehen, wenn das ein zweiter Account wäre? Wenn das ein zweiter Account von, äh... Tryphos. Tryphos wäre, meine ich. Nein, eigentlich nicht. Nicht Mitte, alles klar. Ich glaub... Fun Wars fühlt sich leicht von... Gale... Ach, ich weiß nicht mehr, wie das gefokust ist. So, das war's. Ja, gut. Kann sein, dass sie das Bett mitbringen. Okay, rote, genau, gehen jetzt grad bei Fun Wars hinten rein. In die Base. Und Lodgy ist mit dem Bogen halt einfach da vorne. Zzzzzzzzzzzz. Da müsste es sich jetzt hier richtig einfach oben drüber bauen. Oder einfach mittens Getimmel. Aber der steht halt da oben und schießt einfach weiter drauf. Ich dachte, der hat ne Kiste auf dem Kopf. Jetzt sieht's auch so aus, als wenn sich der Gäber mal zu Dreyfus traut. Und Snowy scheint ihn bisher nicht wirklich zu bemerken. Hm. Ne, der stellt sich einfach nur auf den Weg zu Dreyfus und besseren Span. Ja. Kann man auch mal machen. Dass sie ihn nicht bemerken, ey. Oh, Kompetenz-Funwars ist jetzt hier gefährlich in der Base. Aber ne, da ist er weg. Wird's Gelb schaffen. Eis geht jetzt wieder von oben da ran. Der will natürlich jetzt da oben sich erstmal die Base safe bauen. Blockhitted wie sonst was. Ey, geht sich rüber. Oder du bist jetzt für beide Clans, dass Gelb sich die ganze Termite mit Gold vollfarmt. Dass sie jetzt auch noch eine Endergest in der Mitte stehen haben. Kann sein, dass Eis sie jetzt hat. Ne, glaub ich nicht. Der hat nur noch ein Herz. Ne. Okay. Da hat zu viele Leute eine Spitzacke für, als dass er das schafft. Ich hab kein Damage Abitator. Äh, Abitator. Das ist jetzt aber richtig blöd. Gelb von vorne mit dem Bogen und zwei von Trifoss sind auch noch da. Ja. Ja. Jetzt kommt unten einer durch. Das wird nicht lange gut gehen. Das wird spätestens... Gelb, pass auf! Gelb, pass auf! Gelb! Also, ich würd sagen, Gelb bekommt die jetzt, wenn... Ja. Oder greift die Blauen nicht an. Wenn das Gelb nicht preis, ne? Der wollte so sehr das Bett bekommen. Hat sie nicht gekillt. Das Problem ist nur, dass die beiden Jungs ja grad nicht mehr wirklich rauskommen. Ah, gut, ihm wird geholfen durch Sairag. Der Teaming einfach steht da. Oh Gott, da ist die Eisenbahn wieder. Die Eisenbahn fährt einmal durchs Bild. Das Gelbes Bett noch nicht ab ist, das wundert mich. Na, äh, auf jeden Fall. Hä, wo ist der vierte? Achso. Gelb scheint keine Ahnung zu haben, dass es rot geht. Okay, kann man neu machen. Okay, wir merken. Gelb kommt halt schon wieder mit Schafen. Wo? Bei Blau. Ich glaub, Gorma hat... Nein, 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 Mikro nicht. Du kippst jetzt nicht um. Wie viel einfach schon wieder zugucken? Ja, kann man mal machen. Aber das hat echt was verdient. Oh, Eis macht das gerade gut bei Gelb. Eis hat Gelb wahrscheinlich. Ja. Ja. Ja, jetzt wird... Deine alleine in der Mitte. Kann man mal machen, Eis. Aber... Muss man nicht. Wenn die jetzt zusammenhalten... Die haben eigentlich die ganze Zeit die Mitte, ist das Problem. Ja. Wenn die nicht so doof sind. Ich glaub, die kommen hier grad nicht raus. Das sieht lustig aus. Wenn die jetzt noch mit dem 13er Bow ankommen, dann dach ich... Ich würd's feiern. Jetzt... Okay, er hat fast drunter gestoßen. Jetzt hat von uns die Mitte wieder auch was. Das ist potenziell gut, denn... Die haben bisher keinen einzigen Bogen, glaub ich. Man, mir fehlt voll Gelb. Das war voll lustig, wo die in der Mitte war. Okay, was geht da an? Also Gelb ist ja noch... Chloe klärt halt einfach. Ja. Hä, wieso geht das... Ach, komm Gelb. Na, was ist mit dir? Oh, das war aber knapp. Der wär fast weg gewesen, der Gelbe. Wieso beobachten wir zwischendurch Gelb eigentlich? Die haben nix mit dem CW zu tun, aber... Weil sie zum Teil einfach besser... Weil... Weil die beiden zum Teil einfach besser spielen als die beiden beteiligten Parteien. ... hm 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 Harz Sieg, sie kann da auch einiges an Polizieren zu verändern, weil die ja... Das, als sehr gefocused haben, was für Rott... recht leicht um... diese Röschung ich stelle ich für die Konferenz auf dem Wasserspeicher es ist auch noch wenn die mit E.P. kommen okay die Schwerz hat ein Eisgeist springt er ist er voll er hat mich jetzt nicht mehr umgekehrt alles wird nichts ich glaube dass ein Bogen Vintage sollte sein Team jetzt vielleicht mal da raushelfen, denn da oben kommt X-Milo oder Milo. Sehr gut, ob die das bemerken? Ja. Äh, ich lache, ich lache, die sind alle drei in einem Loch gefangen. Also! Das ist ziemlich doof gelaufen. Oh Mann. Jetzt baut er sie mit der Hand frei. Das ist... Gut, kann man... Sie sind immer noch nicht frei, so. Ach du Scheiße, das ist gelb da schon wieder! Jetzt! Ach Gott! Oh Mann, es ist... Ich feier das gerade so hart, ne? Ja. Erst das mit dem Loch, und dann kommen die gelben. Jo, die sind jetzt gerade selber schon. Snowy. Wisst ihr eigentlich, warum die Schafe Sophia es heißen? Wieso? Nein. Ich habe es letzte Tage erfahren, weil genutzt, also Fabians Katze Sophia heißt, und er bei der Programmierung von den Schafen wohl seine Katze auf dem Arm hatte, habe ich letzte Tage irgendwo gehört. So. So. Okay. Da fehlt nur noch eins, dann... Dann sind es eins, zwei, drei, vier. Also, so kommen sie das auf die Namen. CW ist erst gewonnen, wenn Gelb verliert. Ja gut, mit diesen 4x4-Regeln kenne ich mich nicht aus, aber das wäre natürlich lustig, wenn Gelb die Runde jetzt noch reißt. Ja, das stimmt. Und dann keiner von beiden gewinnt. Ja, okay. Gommes tot. Ja, gut. Ich glaube eher weniger aus dem noch was reißen, das ist nur noch eine Person. Ja, aber Snowy hat nur noch ein Herz. Wir werden es sehen. Verdammt. Wie gesagt. Nur noch ein blauer. Hat der jetzt gerade nen... Ne, er ist ein Spectator. Also, juckt ihn irgendwie nicht, dass von links noch jemand kommen könnte. Oder von vorne. Ich denke, jetzt fahren wir es weg. Ja, äh, äh, denke ich auch. Ja. Die sind zu dritter. Obwohl, wenn das Snowy... Ne, schafft er nicht. Ja, damit steht es jetzt 4-1 für Triforce und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder.